Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute bin ich in einem ganz ungewöhnlichen Auto. Nicht in meinem Tesla, nein, sondern ich darf heute den Audi e-tron 55 quattro Probe fahren. Das ist was, worauf ich mich schon lange gefreut habe. Und ich bin gespannt, wie sich der Wagen hier schlägt, gerade im Vergleich zu meinem Tesla. Denn ja, er ist ja angetreten, im Prinzip die deutsche Elektroauto-Revolution einzuleiten hier. Und ich fahre gleich wieder mal meine übliche Probestrecke von Bremen nach Bremerhaven. Schau mir an, wie sich der Wagen so auf der Autobahn schlägt, wie er sich in der Stadt schlägt und vor allem wie der Verbrauch ist. Und gebe euch dann nachher so ein paar Eindrücke, wie mir das Ganze gefallen hat und zeige euch auch ein bisschen was von dem Auto. Also, freut euch. Bis gleich. So, hier steht ja also, der neue Audi e-tron, der erste Hoffnungsträger der deutschen Automobilindustrie. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich den heute mal Probe fahren darf. Und das ist die Version in einem schönen Metallic Grau, der e-tron 55 Quattro, wie er so schön heißt, in seiner ganzen Pracht. Ziemlich großes Auto, ist irgendwo angesiedelt zwischen Q5 und Q7. Hat eine 95 Kilowattstunden Batterie, die 400, nee, 700 Kilo wiegt. Andersrum wäre irgendwie besser. Aber das ist, glaube ich, noch Utopie. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Ja, das Auto, typisch Audi. Hier wäre die zweite Klappe für einen zweiten Lader, der optional erhältlich ist. Da kann man dann theoretisch laut Audi bis zu 22 kW Wechselstrom laden. Das wäre natürlich super. Der erste Ladeanschluss ist hier vorne auf der anderen Seite. Das ist der hier. Und was ich hier sehr schön finde, ist, dass hier auf diese typischen Plastikkappen verzichtet wurden, wurde. Sondern dass hier so eine Klappklappe ist, die man runterklappen kann, wenn man DC laden möchte. Und wenn man dann wieder zu macht, klappt die sich automatisch wieder rein. Also das finde ich sehr angenehm, sehr praktisch. Schon mal erster Pluspunkt. Und jetzt mache ich mal einen Ladetest, ob der Audi bei mir zu Hause auch mit den versprochenen 11 kW lädt. Erste Frage, wie kriege ich den Frunk auf? Mit dem Schlüssel ist es mir nicht gelungen. Aber ich glaube, hier ist irgendwie eine Taste oder besser gesagt ein Hebel. Ja, alles klar. Die gute alte Mechanik hat den Vorteil, wenn die Batterie alle ist, kriegt man den Frunk trotzdem noch auf. Dann ist hier irgendwie ein Hebel. Wenn man es zur Seite schieben muss, jawohl, dann geht es auf. So, der Motorraum in Anführungsstrichen. Der Motor sitzt da ja gar nicht. Aber früher war es halt der Motorraum. Hier ist jetzt sozusagen ein kleiner Frunk. 60 Liter Inhalt. Da liegen jetzt jede Menge Ladekabel. Dann werde ich das Wechselstrom Typ 2 Kabel mal anschließen. Und gucken, was er sagt. So, Stecker steckt. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Okay, 9,9 kW. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Der Akku ist zu 91% gefüllt. Ja, die 11 kW sind zwar nicht ganz, aber 9,9 ist auch okay. Für 91%. Jetzt ist es ausgegangen. Schade eigentlich. Kriege ich es wieder an. Mal auf die Bremse drücken. Ne. Wenn ich den Wagen anmache wahrscheinlich. Ja, ja, Ladestecker noch gesteckt. Genau. So, nun kommt natürlich der obligatorische Hundetest. Das heißt, schauen wir doch mal, ob der Hund in den Kofferraum passt. Auf jeden Fall, die Ladekante ist so hoch. Meila, komm mal her. Stell dich mal da hin. Ja, da passt sie ja nun so. Also von alleine kann sie da nicht reinspringen. Das steht schon mal fest. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich sie da reintragen soll. Das ist ja irgendwie verdammt hoch. Ja, also die Ladekante hat hier eine Höhe vom Boden von 86 cm. Da springt mein Hund nicht rein. Und da trage ich den mit seinen 33 Kilo auch nicht hoch. Von daher erübrigt sich das mit dem Hundetest. Ja, dann mache ich den Kofferraum mal wieder zu. Okay, wie sieht denn der Audi jetzt von innen aus? Ich bin ja leider noch nie Audi gefahren. Zumindest keinen neueren. Und dieses Cockpit ist ja wohl die neueste Generation. Und auch nicht nur auf den e-tron beschränkt. Sondern ich glaube, im Q7 und Q8 ist der auch schon so enthalten. Und ja, sieht sehr gediegen aus. Die Verarbeitungsqualität ist, ja, ich glaube, über jeden Zweifel erhaben. Wobei, ich muss zugeben, die ersten Meter oder Kilometer mit dem Auto und auch jetzt, wo ich hier sitze, höre ich hier öfter so einen Plastik-Schnarren. Ich weiß nicht, es kommt irgendwo hier aus dem Armaturenbrett. Ich kann das nicht lokalisieren. Das schnarrt so, als würde da irgendwas vibrieren. Und da auf der anderen Seite, beim Fahren vorhin hier beim Beifahrersitz, habe ich irgendwie so ein Rasseln gehört die ganze Zeit. Und das wäre was, weswegen ich zum Tesla-Service gehen würde. Der Wagen ist schließlich jetzt hier Fabrik Neu. Der hat 860 Kilometer drauf. Da hat man es gerade wieder gehört. Ich weiß nicht, ist das irgendwie eine Lüftung, die ab und zu anspricht? Habt ihr es gehört? Während ich hier rede? Kann ich darauf warten? Ne, jetzt, wo man natürlich darauf wartet, kommt es nicht. Aber sporadisch im Stand ist dieses Schnarren. Ich weiß nicht, was das ist. Naja, okay, Bedienelemente. Kommen wir mal dazu. So, also wir haben hier ein großes Front-Display, was man natürlich voll digital belegen kann mit allen möglichen Einstellungen. Man kann den View ändern, man kann das Navi hier reinholen, man kann das Navi groß oder klein schalten. Sehr schön scharf alles. Die Darstellung ist wunderbar, gefällt mir gut. Dann haben wir hier ein zweites Display für das Navi. Das ist sehr groß mit einer Google Map, die allerdings für meine Augen total unscharf aussieht. Da war das Schnarren übrigens wieder, die für meine Augen sehr unscharf aussieht. Also zum Beispiel im Vergleich zum Tesla, wo das doch sehr scharf ist, der ganze, die ganze Karte. Und hier muss ich sagen, von der Detailschärfe ist es irgendwie zurückgenommen. Ich weiß nicht, ob das, ja Google da steht, es ist Google-Kartenmaterial. Warum das so unscharf ist, weiß ich nicht, weil das Display an sich ist total knackscharf. Daran kann es nicht liegen. Vielleicht mussten sie das aus rechtlichen Gründen ein bisschen blören oder so, keine Ahnung. Ja, ansonsten die übliche Einstellungsorgie mit den diversen Funktionen, die will ich jetzt nicht im Einzelnen alle durchgehen. Das würde hier den Rahmen des Videos total sprengen. Das könnt ihr euch selber bei einer Probefahrt mal anschauen. Ich finde es relativ intuitiv zu bedienen. Was mich auch freut, ist, dass die ganze Geschwindigkeit dieses Displays sich sehr gut anfühlt. Und der einzige Unterschied zum Touchscreen vom Tesla zum Beispiel ist, dass man hier richtig manchmal, wobei ich nicht weiß, ob es immer ist. Also hier zum Beispiel, diese Home-Taste, da kann ich nicht drauf tippen, da passiert nichts, sondern ich muss richtig drücken. Da gibt es ein Knackgeräusch, hört ihr das? Das ist richtig so ein haptisches Feedback. Da muss man sich kurz dran gewöhnen und wenn man sich dran gewöhnt hat, gefällt es einem super. Das ist das Gleiche, das hier unten bei der Klimatisierung. Wenn ich da drauf drücke, klack, 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 dann kann ich alles verstellen und durch tippen oder berühren dieses Schnarren. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber okay, ich schweife ab. Also durch tippen kann man das verstellen. Was ist das? Ah, wow, man kann sogar hier mit einer anderen Funktion, die ich gerade gefunden habe, zufällig, die Temperatur mit den Farben sliden. Das ist natürlich ein cooles Feature. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es ganz nett gemacht. Ja, hier Klimatisierung, wie gesagt. Dann haben wir hier einen Block, der für mich erstmal als Nicht-Audi-Fahrer, oder auch vielleicht ist es auch für Audi-Fahrer seltsam, aber für mich ist das seltsam gewesen, diese Form hier. Erklärt sich so, dass wenn man hier die Klimatisierung bedient, man hier wunderbar die Handfläche auflegen kann. Weil sonst hat das keine Funktion, außer dass es noch den Ganghebel hält. Das ist nämlich dieser hier, so eine Wippe. Und mit dieser Wippe steuere ich hier sozusagen die Automatik-Schaltung. Also jetzt bin ich in Parkstellung. Wenn ich die Bremse trete, kann ich hier auf R stellen, dann leuchtet das. Man sieht es aber nicht, weil die Sonne drauf scheint. Finde ich ein bisschen doof. Wobei hier im Display, na, zum Einlegen der Fahrstuhl, also, ach, Motor starten. Motor ist doch gestartet, dachte ich. So, jetzt ist der Motor gestartet. So, jetzt kann ich auf R stellen. Jetzt steht hier auch R drin. Nur hier kann ich es nicht lesen, weil die Sonne drauf scheint. Okay, macht ja nichts. Also im Dunkeln vorhin, oder im Schatten ging es. Man muss also nach vorne drücken, um auf R zu kommen, und nach hinten drücken, um auf Drive zu kommen. Ja, nach vorne, um zurückzufahren, ist schon irgendwie intuitiv komisch. Aber gut, so sind sie nun mal, die Einstellungen hier. Kann man sich aber auch dran gewöhnen. Hier kann man die Parkbremse wieder aktivieren. Und die Rückfahrkamera ist auch sehr schön. Man hat sogar eine 3D rund um sich. Das finde ich richtig gut. Und das würde ich bei meinem Tesla auch mir wünschen, tatsächlich. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Mittelfach hat hier eine Funktion zum induktiven Laden. Hier kann man ein Handy reinschieben. Ich kann das mal eben machen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich das jetzt da reinschiebe. Den Wagen muss ich... Ja, jetzt lädt. Jetzt lädt es auf. Induktiv. Und das Handy ist sicher. Und diese Manschette hier ist irgendwie hoffentlich nicht so hart, dass sie das Display zerkratzt. Dann habe ich hier noch einen 12-Volt-Anschluss. Hier kann ich Cup-Holder irgendwie aktivieren. Ah ja, so hochklappen. Kann sie auch runterklappen. Und hier habe ich noch ein Staufach mit USB-Kabel. Da ist das USB-Kabel drin. Und hier kann ich durchgreifen, drum auch immer. Ah, um das Kabel durchzuführen, ist ja klar, weil hier sind die USB-Anschlüsse. Da kann ich also hier das Kabel durchführen, beziehungsweise die andere Seite hier. Nicht das Kabel durchführen, irgendwo einstecken und dann hier drinnen irgendwas aufladen. Ja, funktioniert. Passt wunderbar. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass ich für dieses Fach keine Abdeckschiebehaube habe. Hier habe ich eins. Aber hier nicht. Na gut, das staubt dann halt zu. Da kommt man natürlich auch schlecht rein. Muss man halt mit einer ganz feinen Staubsaugerdüse oder mit einem Druckluftschlauch da rein. Na ja, hier ist Klavierlack. Hier ist Klavierlack. Das sieht alles sehr gediegen aus. Gefällt mir eigentlich gut. Lenkrad ist auch das der neuen Generation mit den Aluminium-Einlassungen, die eigentlich aus Kunststoff sind, glaube ich. Die Tasten sind relativ selbsterklärend. Also ich bin gerade jetzt die ersten fünf oder acht Kilometer gefahren und habe mich doch relativ schnell sehr gut zurechtgefunden. Das fand ich schon mal sehr positiv. Zum Beispiel im Vergleich auch zum Jaguar I-Pace, den ich gefahren habe vor einigen Monaten, der auch ein ähnliches Konzept hatte. Die drei Displays hier vorne, dann das Navi Display und das Klima Display, da fand ich die Bedienung viel viel hakeliger. Und vor allem die ganze Reaktion von dem Display war beim Jaguar und ich hoffe, dass sie es mittlerweile im Griff gekriegt haben. Aber am Anfang, wo ich das, ich bin schon zweimal gefahren, das ist gar kein Vergleich hier. Also um Welt hin besser. Ja, kommen wir zum Rückraum. Der sieht sehr großzügig aus. Hier haben wir auch eine Klimatisierung. Wie kann ich die steuern? Reagiert jetzt gerade nicht. Warum auch immer. Vielleicht weil der Wagen aus ist. Das kann natürlich sein. Ja. Wie bedient man das hier? Weiß ich jetzt nicht. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Was auffällt, hier ist genug Platz. Ich bin 1,82 groß. Wenn ich vorne sitze, darauf ist der Sitz eingestellt, habe ich hier hinten noch sehr guten Knieraum. Wunderbar. Gefällt mir gut. Auch die Position hier vom Sitz ist nicht zu niedrig. Der Akku hier von dem Audi ist ja sehr flach. Und von daher ist der Unterboden jetzt nicht übermäßig hochgezogen. Sondern man hat dann also schön, man kann die Beine hier gut einstecken und kann sie auch auflegen. Also das sieht alles sehr gut aus. Wir haben hier ein Panoramadach. Das kann man auch aufschieben. Ich glaube zweiteilig. Das geht dann hier so auf. Sieht auch sehr schön aus. Der Dachhimmel ist so ein Anthrazit. Die Sitze sind grau, passend zur Außenfarbe. Und der Kofferraum, der sieht auch okay aus. Riesig groß ist er jetzt nicht. Also das mit dem Hund, wie gesagt, das würde ich mir hier überlegen. Der würde zwar von der Größe vermutlich reinpassen. Aber die Ladekante, die war mir dann doch zu hoch. Die Sitze sind bequem. Nicht so weich, nicht so hart. Kann man gut sitzen. Geht los. Wagen ist an. Moment. Ich habe hier dieses schnelle Rückwärtsgang. Und auf geht's. Diese 360 Grad Rundumsicht, die ist richtig geil. Und man hat sogar eine Frontkamera. Das ist richtig geil. Das gefällt mir gut. Weil ich habe hier nämlich eine sehr enge Ausfahrt mit einer Hecke und ein paar Steinen. Da muss man echt aufpassen. Und mit diesem Kameragedöns ist das hier überhaupt gar kein Problem mehr. Ja, richtig geil. So, fahre ich jetzt mal auf die Autobahn. Ah, gut, wird gestrafft. Wunderbar. Ja, es ist eng hier. Der Ragen ist groß. Wenn man den nicht gewohnt ist. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Der Wagen hat ein Head-Up-Display, was ich auch sehr gut finde. Das hat mir schon beim I-Pace gut gefallen. Beim Tesla habe ich es nicht. Vermisse ich da zwar nicht. Aber jetzt, wenn man es hat, findet man es geil. Ist auch schön scharf. Auf den ersten Metern würde ich sagen, der Wagen ist wunderbar ruhig, wunderbar leise. Es klappert nichts. Bis auf dieses Schnarren ab und zu hier vorne. Da war es wieder. Was ich nicht weiß, was das ist. Der Wagen ist zwar leise, aber im direkten Vergleich mit meinem Model S muss ich sagen, dass das Model S leiser ist. Ich meine jetzt auch nicht die Rollgeräusche der Reifen oder Windgeräusche, sondern die Motorgeräusche. Weil dieser E-Tron mit seinen zwei Asynchronmotoren vorne und hinten macht Geräusche beim Anfahren und beim Bremsen wie eine Straßenbahn. Also wir haben ja in Bremen hier eine Straßenbahn und das hört sich wirklich fast genauso an. Natürlich ist das bei der Straßenbahn lauter. Aber das ist ungewöhnlich für mich, weil ich es nicht gewohnt bin. Ich habe ja nur einen Motor hinten mit meinem S75 und der ist so gut wie unhörbar. Außer wenn ich richtig mal auf das Strompedal trete, dann höre ich so ein leises Surren. Aber hier hört man den Motor permanent surren und beim Gas geben und bremsen dieses Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü gewöhnt man sich sicher dran für leute die verbrenner fahren ist das immer noch leise aber für mich der ich das nicht gewohnt bin ist das erstmal laut also in anführungsstrichen laut weil man das einfach hört so was war das was mir auf den ersten metern gleich auffällt ist der wagen ist zwar schnell beschleunigt glaube ich in 5,9 auf 100 ist aber nicht so spritzig wie man sich das vielleicht vom tesla vorstellt oder vor allem ist er nicht so agil also wenn ich jetzt aufs gas drücke dann schießt er nicht nach vorne ja wenn ich rolle schon aber wenn ich jetzt starte dann braucht es ein bisschen es ist keine verzögerung sekunde aber er muss irgendwie scheinbar erst ins rollen kommen und das ist nicht ganz so dynamisch wie man sich das vielleicht vorstellt wobei ich jetzt im komfort modus bin muss ich zugeben nicht im dynamic modus den würde ich aber eigentlich auch immer drin lassen weil das so eine standard einstellung für mich ist man will ja eigentlich komfortabel reisen und daher lasse ich den jetzt mal drin also ich fahre jetzt mal nach bremerhaven berg auf die autobahn das sind wieder mal so diese 70 kilometer hin und zurück 140 rund und da schauen wir mal was der verbrauch macht momentan bin ich hier bei 29,3 kilowattstunden auf 100 in den ersten elf kilometern die ich jetzt mit dem auto gefahren bin und das war mehr oder weniger landstraße mit tempo 50 sehr gemächlich auch mit viel rekuperation und auf der autobahn gebe ich dann mal gas bis 130 also ich fahre nicht schnell sondern ganz normal wie ich das gewohnt bin und dann vergleichen wir mal die rekuperation hier bei dem auto ist ja ohnehin sehr merkwürdig also für mich jetzt als tesla fahrer wenn ich gas weg nehme passiert erstmal gar nichts der wagen segelt weiter und durch das gewicht schiebt er weiter nach vorne man hat im prinzip das gefühl beim gas wegnehmen wird er gar nicht langsamer sondern bleibt eigentlich gleich die geschwindigkeit zumindest für viele viele sekunden und das ist halt ganz anders als beim tesla wo er sofort in die bremsen geht wenn ich das gas weg nehme dieses one pedal driving ist hier nicht machbar glaube ich man hat hier auf den an den lenkrad am lenkrad zwei tasten plus und minus und die minus taste hier die stellt sozusagen die rekuperation an und kann sie in drei stufen erhöhen das funktioniert auch gut man muss sie aber drücken um zu rekuperieren ansonsten macht er das nicht sondern erst wenn ich bremse wenn ich bremse rekuperiert er sofort anstatt jetzt die mechanische bremse zu benutzen macht er erstmal die generator bremse an aber jetzt habe ich gas weggenommen und er segelt und jetzt mache ich stufe drei und er rekuperiert aber auch nicht wahnsinnig viel also er wird zwar langsamer aber jetzt nicht so dass man jetzt irgendwie nach vorne gedrückt wird dadurch dass er sehr stark bremst und sobald ich wieder gas gebe ist diese stufe der rekuperation wieder aufgehoben und er fängt dann quasi wieder bei null an das heißt jedes mal gas wegnehmen wenn ich rekuperieren will muss ich diese pedal benutzen ist gewöhnungsbedürftig mir persönlich gefällt es jetzt nicht ganz so gut aber ich denke da gewöhnt man sich dran hat bestimmt auch am ende vorteile weil segeln ist manchmal auch nicht schlecht beim tesla kann ich überhaupt nicht segeln da bremst ich sofort wenn ich gas wegnehmen ok jetzt geht es auf die autobahn dann machen wir gleich mal ein bisschen stoff allerdings natürlich nicht durchtreten wir wollen ja jetzt nicht den verbrauch unnütz in die höhe treiben sondern realistische werte erhalten immer wieder dieses schnarren ich weiß nicht was das ist das ist es periodisch kommt das immer wieder irgendein system was da periodisch irgendwas macht und dann schnarrt das hier so ich habe jetzt den abstandstempomat und den spurhalteassistent eingeschaltet sobald ich für fuß vom gas nehme wird hier ein symbol grün also im head-up display ist es auch angezeigt und tempomat ist auf 120 spurhalteassistent läuft ja er fährt ok aber er driftet jetzt wieder ein bisschen sehr weit nach rechts bei tesla ist das auch manchmal so dass er ein bisschen für meinen geschmack zurecht rechts fährt ich weiß nicht ob man das head-up display hier sehen kann im film jetzt sagt er ich soll die lenkung übernehmen ja alles klar interessanterweise hat er gerade auf 140 beschleunigt ohne dass ich was gemacht habe ich habe den tempomat auch nicht eingestellt auf 140 ich muss aber zugeben dass mir dieser spurhalteassistent nicht so ein sicherheitsgefühl vermittelt wie der bei tesla also er eiert schon ein bisschen von links nach rechts und ich jetzt mal die spurwechsel das ist wieder sehr schön dass ich das einfach so kann einfach mit dem lenkrad lenken und wenn ich wieder los lasse dann übernimmt er wieder das ist viel angenehmer als beim model s und bei tesla überhaupt dass man immer diesen widerstand überwinden muss beim spurwechseln und das klappt meistens nicht so richtig und dann verreist man das lenkrad oft und das ist so ein bisschen nervig so ich bin jetzt bei tempo 130 spurhalteassistent läuft adaptiver tempomat läuft also cruise control oder autopilot nennt es wie ihr wollt ich muss die lenker kurz anfassen jetzt geht es wieder weiter naja bremst ab wunderbar dabei rekuperiert er jetzt automatisch das heißt wenn er selber bremst beim cruise control dann rekuperiert er wunderbar muss ich das nicht von hand starten jetzt will ich hier mal vorbeifahren aber den brauche ich gar nicht er biegt sowieso ab jetzt bin ich halb auf der spur habe geblinkt und was macht er er wechselt die spur er wechselt die spur und ich musste jetzt eingreifen irgendwie habe es irgendwie mir nicht getraut ihnen das alles zu überlassen ich weiß nicht ob er weiter nach links gezogen wäre jetzt gehe ich wieder nach rechts gehen die spur lasse das lenkrad los ja jetzt übernimmt er wieder es scheint er zumindest gemacht zu haben also jetzt bei tempo 130 ist der wagen extrem leise muss man sagen wirklich extrem leise mein tesla hat bei 130 viel lautere rollgeräusche der reifen und auch die windgeräusche sind lauter und wieso bremst er jetzt so weiß ich ja er hatten er hat ein verkehrsschild erkannt tempo 80 und er bremst selber auf 80 runter jetzt werde ich von allen überholt weil ich so langsam bin ja toll aber das ist natürlich super tempo erkennung wahrscheinlich kann man irgendwie einstellen wie weit man das überschreiten darf aber jetzt habe ich auf 90 beschleunigt jetzt kommt gleich wieder eine beschwindigkeitsbegrenzung auf 60 was macht er jetzt er bremst er bremst er bremst er bremst er bremst von alleine tempo 60 ja das ist gut man erzieht auch so ein bisschen zum vernünftigen fahren so wir sind gleich in primaafen und man muss sagen man gewöhnt sich dann doch so langsam an diesen cruise control abstandstempomat spurhalterassistenten der macht seinen job eigentlich ganz gut verhält sich halt ein bisschen anders pendelt manchmal zwischen den begrenzungslinien links und rechts fährt für meine besitze manchmal zu weit rechts gerade wenn da lkws stehen so wie jetzt aber eigentlich macht er seinen job ganz gut kann man sich auch darauf verlassen glaube ich schön entspanntes reisen und ich wiederhole mich jetzt hier durch diese angenehme geräuschkulisse ja es ist sehr sehr entspannt muss ich sagen der verbrauch pendelt sich jetzt bei 28,8 ein wir fahren gerade 120 weil hier eine beschwindigkeitsbegrenzung ist gleich kommt mein turn da biege ich in bremerhaven ab und mache dann die wände und dann geht es auf die rückfahrt wir haben jetzt übrigens 70 kilometer gefahren und 209 kilometer restreichweite das heißt wir hatten insgesamt 279 kilometer reichweite gehabt angefangen habe ich mit 259 das heißt wir haben 20 kilometer reichweite gewonnen durch unsere fahrweise die ja eigentlich ganz normal war mit tendenz zu zurückhaltend kann man zwar sagen aber so fahre ich durchaus auch schon mal normal also es ist nicht so dass ich jetzt nur geschlichen bin schon sehr konservativ gefahren aber muss sagen überrascht mich doch positiv jetzt geht es hier langsam wieder ein bisschen weiter jetzt müssen wir abbiegen der wagen bremst ich blinke schon mal jetzt fallen natürlich alle hier vor mir ab die säcke danke danke ich Also man muss sich da immer wieder dran gewöhnen, wenn man hier Gas wegnimmt, dass er dann nicht bremst, sondern er schiebt so brachial noch nach vorne durch das Gewicht. Da ist wirklich, also das ist wie, ja, man muss sich wirklich dran gewöhnen, wie früher wieder zu bremsen. Das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Oder eben ständig an den Rekuperationshebel ziehen hier. Da habe ich mich aber noch nicht so richtig mit eingegluft hier. So, jetzt wieder zurück. Alles klar. Ja, also erste 70 Kilometer. Tja, ich muss zugeben, ich bin doch relativ begeistert. Also das Auto gefällt mir richtig gut. Die negativen Punkte muss ich wirklich so ein bisschen an den Haaren herbeiziehen. Also könnte ich jetzt sagen, der Motor ist mir zu laut. Der Sur ist ständig. Dieses Straßenbahngeräusch mag ich nicht so. Ja, check, mag ich nicht so. Dieses Surren hier, dieses Rappeln ab und zu, wo auch immer das herkommt, dieses Periodische, das finde ich richtig doof. Das kann man aber bestimmt irgendwie im Surface nochmal abstellen lassen, was auch immer das ist. Das wird bestimmt nicht serienmäßig sein. Verbrauch ist hoch, aber dafür, dass ich jetzt 74 Kilometer gefahren bin und irgendwie noch nicht mal 55 Kilometer Reichweite verloren habe, ist das doch auch irgendwie befriedigend, muss man sagen. Und diese Geräuschkulisse hier, abgesehen von dem Surren der Motoren, ist wirklich genial. Also, das haben sie super hingekriegt. Das ist ja sowas von angenehm, in so einem leisen Auto zu sitzen. Das Fahrgefühl ist auch gut. Das Gas ist halt nicht so wie ein Tesla, beschleunigt nicht ganz so brachial nach vorne, aber auch völlig ausreichend natürlich. Also, das wird jeden Zweifel erhaben. Man kommt schnell genug weg, wenn man will. Auch hier drin, Anmutung gefällt mir, Bedienung ist für mich relativ leicht zu verstehen. Ablesbarkeit ist super, die sind super scharf, die Displays spiegeln nicht so. Cruise Control funktioniert, das kann ich auch wieder loslassen, ich muss gar nichts machen. Man kann das immer eingeschaltet lassen. Muss man sich eigentlich gar nicht drum kümmern. Ab und zu mal die Spur halten von Hand, aber dann, wenn er sie wieder hat, geht es wieder von alleine weiter. Also, man kann das eigentlich immer eingeschaltet lassen und wenn man es denn braucht, lässt man einfach los und das Auto fährt von alleine. Jetzt habe ich gerade ein bisschen zu wenig Geschwindigkeit hier und 120 darf ich. Jetzt weiß ich nicht, warum er nicht 120 fährt. Das weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich war er kurz deaktiviert, oder? Jetzt ist er aktiviert. 130, geliehen. Ja. Also, wenn Sie es schaffen, so einen Wagen mit ein bisschen weniger Verbrauch auf die Beine zu stellen. Sagen wir mal 25 Kilowattstunden, das wäre ja noch okay bei der Größe. Auf 26 wäre okay. Mit dem schnellen Laden, was Audi kann. 150 Kilowattstunden, äh, 150 Kilowatt im Prinzip bis rauf auf 70, 80 Prozent. Und wenn dann die Ionity-Lader überall stehen, so wie die Supercharger und auch immer alle funktionieren. Und das mit dem Bezahlen auch vernünftig klappt und nicht zu teuer ist. Dann haben Sie es geschafft. Also, da würde ich sagen, wäre für mich dann ein Grund, beim nächsten Auto kein Tesla mehr zu kaufen, sondern zum Beispiel ein Audi. Also, man muss ganz eindeutig festhalten von der Anmutung hier, von der Hochwertigkeit, von der Verarbeitung. Da ist das schon besser. Gerade für unsere deutschen Gewohnheiten, Ansprüche, Befindlichkeiten. Das wirkt alles hochwertig. Warum er jetzt bremst, weiß ich nicht. Habe ich hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Nein, er bremst einfach von alleine. Das ist so eine Phantombremsung gewesen. Live wart ihr dabei. Keine Ahnung warum. Jetzt geht's wieder weiter. Tja, das war die Probefahrt mit dem Audi e-tron. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr angetan von dem Wagen. Und das hätte ich echt nicht erwartet, dass mich der Wagen hier so begeistert. War doch skeptisch im Anfang. Also sowohl der Fahrkomfort, der Federungskomfort, die Beschleunigung ist super okay. Also man braucht nicht mehr. Natürlich geht mehr, siehe Tesla, aber man braucht nicht mehr. Die Geräuschkulisse ist super. Die Navigationssysteme oder das Navigationssystem, die Assistenzsysteme funktionieren. Mit einer gewissen Gewöhnungsphase ist alles irgendwie kein Problem mehr. Schildererkennung finde ich großartig. Ja, das ganze Gleiten in dem Fahrzeug macht Spaß. Man kann sich hier entspannt zurücklehnen. Der Sitzkomfort ist gut. Das Fahrzeug ist riesig. Man hat eine gute Übersicht. Die Verarbeitung ist wirklich hervorragend. Zumindest macht sie so einen Eindruck. Es gibt aber auch ein bisschen Schatten. Natürlich der Verbrauch. Ich habe jetzt hier 28,5 Kilowattstunden verbraucht auf 136 Kilometer. Und habe eine Restreichweite von 145 Kilometern. Das würde bedeuten, ich hätte 280 Kilometer gekonnt. Und am Anfang bin ich losgefahren mit 259. Das heißt, wie gesagt, ich habe ein bisschen Reichweite gewonnen. Durch meine sparsame Fahrweise, wie gesagt, 130 Kilometer im Schnitt. Naja, im Schnitt natürlich nicht. Der Durchschnitt war 65 Kilometer pro Stunde. Aber ich habe versucht, 130 zu fahren, wo es ging. Auf der Rückfahrt bin ich sogar 140 gefahren. Und war eigentlich auf der Autobahn so unterwegs, wie ich normalerweise immer unterwegs bin. Von daher ist dieser Wert mit meiner Fahrweise durchaus zu vergleichen. So, dass ich sagen würde, mit diesem Auto hier eine Akkuladung 95 Kilowattstunden komme ich. Vermutlich rund 300 Kilometer, vielleicht ein bisschen weniger. Ist aber eigentlich für die Langstrecke völlig ausreichend. Und für die Kurzstrecken, die man 90 Prozent der Fahrten fährt, ist das sowieso völlig ausreichend. Und das würde für mich bedeuten, dass dieses Auto durchaus eine ernstzunehmende Alternative für den Tesla wäre. Sollte ich mir mal ein anderes Auto zulegen. Und wenn die Ionity-Ladesäulen dann flächendeckend in ein, zwei Jahren in Deutschland wirklich stehen, so wie die Supercharger alle 120 oder maximal 200 Kilometer an den Autobahnen, ist dieses Auto mit der Ladeleistung von 150 kW auch absolut langstreckentauglich. Und steht meinem S75 im Prinzip, was die Reisegeschwindigkeit angeht, dann so gut wie nichts mehr nach. Das finde ich super und das Auto kommt in meine engere Wahl für die Zukunft. Wobei dann, wenn es ansteht, in ein paar Jahren gibt es natürlich auch noch weitere Autos, die vielleicht diesen Wagen noch toppen. Aber vom Gesamtpaket leckt mich am Arsch. Aber das Auto hat mich echt überzeugt. Und das sage ich als Tesla-Fahrer. Meine ehrliche Meinung, ich behalte natürlich meinen Tesla und ich bin gespannt, was das für ein Gefühl ist, wenn ich da gleich wieder einsteige und losfahre. Ich könnte mich hier echt dran gewöhnen und fällt mir gerade so ein bisschen schwer, hier auszusteigen. Aber ich muss den Wagen jetzt leider abgeben. Ja, so viel meine ehrliche Meinung. Ihr habt vielleicht eine andere Meinung, wenn ihr den Wagen schon gefahren seid. Wenn nicht, fahrt ihn doch gerne mal Probe. Kann ich euch empfehlen. Bildet euch euer eigenes Urteil. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Ich versuche alle, soweit es geht, zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich frohe Osterfeiertage. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. So, bin wieder in meinem schönen Tesla gefahren. Und so schlecht ist es jetzt doch nicht. Tut mir leid, wenn ich das ein bisschen doof rübergebracht habe vielleicht. Ja, es war aber noch sehr interessant, sich mit dem Autoverkäufer zu unterhalten. Das durfte ich leider nicht filmen, aber hätte ich natürlich sehr gerne wählt. Denn das war so ein richtiger Dinosaurier. Also kurz vor der Pensionierung, ich weiß nicht, wie viele Jahre er noch hat. Vielleicht ein, zwei, drei maximal. Er sei total gegen Elektromobilität. Das sei überhaupt nicht die Zukunft. Und Wasserstoff wäre die Zukunft. Und der Diesel wäre auch nicht tot. Und synthetische Kraftstoffe, die würden kommen. Und alle Klischees, die es so gibt, bediente er dann. Ja, wenn wir alle dann laden, dann brichten die Stromnetze zusammen. Und es gibt die Ladesäulen nicht genug. Und die Batterien können nicht produziert werden. Und wir sind abhängig von China. Das mag natürlich sogar vielleicht sogar stimmen. Also sei das alles überhaupt nicht die Zukunft. Also es war wirklich interessant, dem zuzuhören. Ich habe mich da jetzt nicht auf große Diskussionen eingelassen. Das macht bei solchen Leuten keinen Sinn. Aber jedenfalls, was ich mich freue, ist, dass solche Leute halt dann irgendwann auch Pensionen gehen. Und damit sozusagen diese Denkweise hoffentlich auch in den Autohäusern mal ausstirbt. Ja, okay. Okay, kleines Beaumont am Rande, die Strecke vom Autohaus zurück zu mir, Landstraße, wo ich vorhin mit dem e-tron 28,9 oder so Kilowattstunden verbraucht habe, habe ich jetzt mit meinem Model S 16,9 Kilowattstunden verbraucht. Das ist fast die Hälfte. Punkt. 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 Punkt.